Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen auf Wiko seinen Kanal, Leute, was geht? Ja, vielleicht kennt ihr mich ja. Ich darf heute mal Gast sein hier auf der berühmten Couch. Wer kennt sie nicht? Ja, die Couch. Genau. Leute, heute werden wir mal Kaugummis testen. Und vor allem das von Bibi, die hat ihr eigenes Kaugummis rausgemacht. Digga, die macht ja richtig Business, wa? Genau, auf jeden Fall. Junge, Junge, Junge. Und wir haben einige Sachen an Kaugummis, einige Sorten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, die mal rauszuholen. Ja, wir haben hier Tüte, ne? Kein Sponsoring, haben nichts anderes bekommen. Denn Leute, ich war bei DM. Werdet ihr jetzt eingeblendet erzählen. Also Leute, ich habe jetzt nachgefragt. Sie meinte, die wären komplett ausverkauft. Wie immer, Leute, ich war gestern auch bei einer anderen DM-Filiale und da waren die auch nicht verfügbar. So Leute, auf jeden Fall angekommen. Ja, beim Hauptbahnhof. Ich wusste nicht, dass es so verkrackt und eklig hier ist. Ich war hier echt schon Gott sei Dank lang nicht mehr. Gottlos, Leute, gefunden. Ohne Spaß, Leute, Gott sei Dank habe ich es jetzt englisch gefunden. Hier fällt schon die Hälfte runter. Gott sei Dank, ey, hier. Beide Sorten. So Leute, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Haul erledigt. Und ja, Gott sei Dank, die Kogummi ist auch willkommen. Auf jeden Fall habe ich noch andere Kogummi zum Vergleich gekauft. Das wird mega nice, denke ich mal. Ohne Spaß, die Kamera, also beziehungsweise das Handy-Ereignis ist ja richtig gut zum Vloggen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ey, ohne Spaß, so Glück gehabt. Ich habe gerade das Parkticket reingesteckt. Wollte bezahlen und tatsächlich muss ich nichts bezahlen. So Leute, haben wir hier Wrigleys Extra Professional Ride. Das sind diese hier. Die meisten Leute haben die am Auto liegen. Ja, ich glaube, die meisten, also die meisten haben wirklich die hier. Die? Ja. Das sind die ganz günstigen. Die hat eh jeder. Ey, das ist aber der gleiche Hersteller. Ja, natürlich. Aber das sind diese Streifen, genau. Dann schauen wir auf jeden Fall. Die BB-Kaugummi ist immer 1,45 Euro gekostet. Bruder, aber warum hast du nicht mal die Airways geholt? Airways in den Jeans. Ja, ich habe einfach jetzt die Leute, ich habe einfach die geholt. Ja, die am meisten Sinn machen. Also eigentlich habe ich alle gekauft, die es bei Rossmann so gab. Genau, da haben wir noch die hier mit Melone-Mint. Ey, das sind meine Favorites. Five Gums. Ja, die sind nice. Da gab es auch nur noch die Sorte, Wassermelone. Das Problem ist, Bibi hat zwei so komische Sorten, einmal Donut und noch so eine andere. Leider konnte ich irgendwie Donut... Was ist das denn, Alter? Genau, die sind aus Amerika, das ist mit Zimtgeschmack. Wo hast du die denn her? Die habe ich aus Amerika. Oh, da bin ich gespannt. Genau, das ist so ein Zimtgeschmack, den habe ich schon mal in einem Video getestet. So, Leute. Dann haben wir hier... Die extra Kids, sind für Kids. Genau. For Kids. Bubble Gum. Bubble Gum, ganz normale herkömmliche Kinder-Kaugummi. So, Leute, jetzt haben wir hier das Creme de la Creme, deswegen ihr alle einschaltet. Hier haben wir einmal einen Donut-Geschmack. Mhm, genau. Tasty Donut, du müsstest das sehen. Ja, kann man... Sie hat ja gesagt, dass das wie ein Donut schmeckt. Und hier haben wir so... Na, was soll das schmecken? Das ist Slushy Apple. Also Apfel, irgendwie. Sehr nice, bin gespannt. Wir sagen, die Tests war zum Schluss, oder? Ja, würde ich auch sagen, Leute. So, dann fangen wir mal an. Und schreiben wir euch unten in die Kommentare, habt ihr diese Kaugummi schon mal probiert. Also ich noch nicht. Ich war bei vier DMs und überall ausverkauft, bis auf den beim Hauptbahnhof. Können wir kurz darüber reden, dass wir 21 Uhr haben und ich noch nichts gegessen habe. Das Einzige, was ich jetzt esse, sind Kaugummi. 21.30 Uhr. Und du hast noch nichts gegessen? Nein, gar nichts. Ich bin 14 Uhr aufgestanden, zwei Stunden gestreamt und direkt hergefahren. Sehr nice. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, mit welchen fangen wir an? Mit diesen hier, denn die günstigsten? Ja, genau, das sind die ekligsten von allen. Wieso? Ich weiß nicht, Digga. Das sind so die... Die Standarddinger. Ja, die Standarddinger, so wenn man Mundgeruch hat. Naja, nee, ich glaube, Mundgeruch helfen die gar nicht, Mann. Echt nicht? Nee, kannst das mal nicht auf den Boden schmacken. Aber du hast ja irgendwelche Kaugummi hast du denn sonst immer so genutzt? Ich meine, du hast ja auch schon mal Mundgeruchprobleme gehabt. Was nimmst du dagegen? Weiß ich nicht mehr, ich habe so richtig starke einfach immer genommen. Haben die auch geholfen? Nein, also kurz, aber danach. Ich hatte eine Zeit lang auch Mundgeruch, da hat nicht mal Mundwasser geholfen. Ja, das war immer die Schulzeit, da war das Mundgeruch besonders auf, Ronpoint. Vor allem bei der Schulpräsentation war das am Start. Ich muss sagen, wir gehen Noten 1 bis 6. Ja, wir sind schon gut, ne? Wollen wir den Tüchesprung oder aufessen? Okay, du bist schau. Kannst du dir auch zeigen, so sieht das aus. Boah, nee, mach ihn weg. Das muss ich auch zensieren. Wieso? Mach mir nicht mehr Arbeit, als ich... Warum? Wir müssen auch mal sehen, wie das Kaugfeele ist. Vor allem, ich muss erst mal eine Kasse rausnehmen, du weißt doch. Fast 10 Euro bezahlt. 9,10 Euro. Und die aus Amerika waren noch nicht dabei, die haben auch nochmal 10 Euro. Okay, lass jetzt mal anfangen mit denen hier. Warte, stopp, stopp, Benotung. Ich wollte ihnen eine ganz klare 3 plus geben, ich finde die sind, obwohl eine 2 minus, die sind ganz nice. Nein, die gab es so doof. Doch, das sind einfach welche, die kannst du jeden... Ja, aber die schmecken doch nicht lecker. Ja, aber niemand findet die eklig. Ja, Junge, du riechst dich von ähnlichen 5-jährigen Allmanns, die sagen, okay, die soll ich nicht essen, weil die nicht hip sind im Alltag. Ja gut, mach wie du meinst. Die sind top. Und jetzt können wir, so, jetzt können wir zur nächsten lassen, die hat's den Kaugubis. Den kann ich der gleich schenken, der freut sich, der stellt jemand ins Auto und kaut die dann bei Arbeit. Geh mal her. Ich mach auf, ey. Jetzt der Klassiker, wir gucken mal raus. So, Leute, ja genau, jetzt sind wir hier bei diesen extra Rides, 50 Stück. Die sind nicht schon mal, jetzt gebe ich eine 4. Was haben die von mir gekriegt? Weiß ich nicht. Den möchte ich eine 3 geben, den eine 4. Oh. Mh, mh, mh. Was soll ich mit der Tüte? Achso, ich dachte, du wolltest gerade reinspucken. Ich schluck die runter. Mach wie du meinst, dann können wir verstopfen. So, jetzt kommen wir... Nee, jetzt sind die Zimt, 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 Zimt. Nein, die hier. Nein, die hier. Ja, okay. Jetzt mach ich die mal auf. Milone haben wir hier am Start. Oh, das sind diese, die man so... Ja, ich fass die schon nicht. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, das ist mir doch egal. Bist du nicht wieder gesund jetzt komplett? Nicht, dass die nur kranken. Ja, genau. Was hast du eigentlich am Mund? Was, ich hab mich abgeräumt, mal mich rasiert und dann geschnitten. Mh, ja, mir passiert das nie. Ich hab immer noch Corona. Na, aber nicht. Ich schmeck mir, riech nix. Nein, jetzt. Doch, ich kann dir gar nichts gar nicht benoten. Nee, ehrlich, jetzt? Ja, das ist normal. Das kann so 6 Monate bleiben. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich schmeck mal gar nix mehr, weil wir fangen mit dem Schärsten an. Nee, die sind ganz nice. Ja, den geb ich eine 3. Hm, ja, ich auch. Jetzt kommen wir zu den Zimt-Denker, da bin ich gespannt. Was haben die gekostet? 3 Euro mit Importkosten, glaub ich. Ich nimm selber einen raus. Nimm doch, Bruder, nimm doch einfach. Nein, ich nimm selber einen raus. Ja, hier. Die find ich ganz nice, das weiß ich schon. Das schon gegessen hat einer gefehlt. Nee, schon mehrere habe ich gegessen. Oha. Ich weiß nicht, ob das Sachen nicht, dass die alt sind. Ich finde, die schmecken nach Bier. Das ist Zimt. Ja, stimmt. 2 Minus, soll ich sagen. Mach mal. Das Kogummi über deine Zunge rüber. Und dann mach es wieder weg. Melchst du den Geschmack? Mhm. Nee, schlecht, 2. So, jetzt kommen wir zu Five Gums. Also, denen geb ich auch immer eine 2. Eine 2. Das sind Baba-Kogumis. Ja, ich finde, es geht so. Ja, gut, eine 2 stimmt. Eine 2 ist gerechtfertigt auf jeden Fall. Jetzt Five Gums. Leute, ohne Spaß, die sind Five Gums. Die sind doch auf jeden, also in dieser länglichen Packung auf jeden Schulhof gewesen, oder nicht? Ich weiß noch. Man war immer der King, wenn man Five Gums hatte. Ich glaube, die haben aber 1,49 Euro immer gekostet. Ja, das ist immer für die gewesen, die Geld hatten. Ja, genau. Ich hatte die Five Gums, glaube ich, fast nicht. Das ist Wassermelone. Haben wir nicht auch? Nee, das ist kein Wassermelone. Wartermelone mag ich gerne. Oh, das sind so Kugeln irgendwie. Das sind doch Streifen. Ich schmecke gar nichts dazu. Wir sollten. Hm, ich finde die richtig nice. Dann gebe ich ein 3. Ich finde ein 2 Plus Game. Die sind doch nicht besser als die hier. Doch, nein. Für mich schon. So, Leute, jetzt kommen wir extra für Kids. Genau, richtig. Bubble Gums. Da bin ich mal gespannt. Hast du die schon mal gegessen? Such mal. Wer ist das denn? Mann. Ähm, nee. Das ist wie ein Heddy-Klingeltoten, Hund. Die habe ich noch nicht gegessen, glaube ich. Doch. Echt? Ja, die haben wir früher alle mal gegessen. Das sind solche, die so eingepackt sind, so wie die da. Ja? Ja. Oh, ja, du hast recht. Du hast recht. Zieht. Oh, Junge, ey. Schmeißen wir die hier schon weg, ey. Das gibt es ja vorhin. Das ist ja unglaublich. Ey, die kleben richtig zusammen. Kannst du die nochmal bellen lassen? Nein. Oha, ich hätte jetzt gedacht, die werden rosa. Die sind tatsächlich weiß. Ich hätte auch gedacht, dass die rosa werden. Das sind aber die, die den Geschmack so schnell verlieren, glaube ich. Ja, die verlieren die auch schnell. Wir sind aber auch schon alt. Warum immer alt? Weil die schon mal ein paar Monate ausgepackt habe. Was machst du bei Kaugummi Snakes? Hm, okay. Obwohl, nee, die sind mir zu süß. Die würde ich eine 4 geben. Was sagst du? Ja, auch. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu diesen hier. Öffne du mal den und ich die Donut. Ohne Spaß, ich bin so gespannt. Die werden sich bestimmt richtig gut verkaufen. Ey, die Öffnung ist schon mal geil. Oha, das ist so rosa. Bei dir ist du, ne? Der sieht gut aus. Na, ich probiere. Ey, der sieht auch wie dieser eine Kaugummi. Mh, als wenn du einen Donut isst. Echt? Mh, mh. Der schmeckt wie ein süßer Apfel. Sagen wir mal so wie so ein Centashop ein bisschen. Der schmeckt wie ein Donut, wie ein süßer Donut. Ich bin so gespannt, wie der jetzt schmecken wird. Aber der Donut-Nachgeschmack ist so nice, ohne Spaß, würde ich direkt eine 1- geben. Ich schmecke da keinen Donut-Geschmack. Oh ja, ein Apfel-Centashop, ne? Aber nicht so scharf irgendwie. Ich schmecke da gar nichts. Am besten sind die hier. Kann ich eine essen? Ja, nimm ruhig. Ist aber eher ein Kaugummi, würde ich sagen. Ich sag dir ganz ehrlich, die schmecken für mich noch gar nichts. Die ist besser. Den hier würde ich mir zwei Minus geben. Das ist nicht so mein Favorite, dieser Apfel. Der dagegen, der Donut, da nehme ich nochmal einen direkt von. Der ist nice. Der ist nice. Wirklich wie so ein Donut. Der ist mein Favorite. Mh, aber voll wenige drinne. Für 1,45 Euro. Die brauchen ja auch Geld, die Alte. Also ich finde diese hier am nicesten Donut. Okay. Das wollen wir jetzt. Ich finde die Verpackung auch ziemlich nice. Ist allerdings teuer, muss man sagen. Für die kleine Verpackung. Ja. Für die kleine Kippenschachtel da. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, das war es auch mit dem Video. Wie erwähnen wir in dem Videovorschläge. Abschreibt es unten in den Kommentaren. Abonniert kostenlos den Kanal, um nichts zu passen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Also wir können es sehen, am nicesten ich diesen hier. Ja. Schreibt euch eure Lieblings-Kaugummi-Sorte unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal.